So, jetzt habe ich meine erste Stunde gewandert und bin an einem so schönen künstlich angelegten Fischweier, der aber gut gepflegt wird und mache mein erstes Päuschen, weil die Pausen gehören zum Training, nur dann baut man auch ordentlich Muskulatur auf, jo, mache ich jetzt, genieße es. Die Kettensäge blende ich mal gehörtechnisch aus und konzentriere mich auf die Vogelstimmen. Beides ist da, es liegt an mir.